Hi! Weißt du, was ich neulich dachte, was wir haben sollten? Eine Art Website, wo Frauen miteinander reden können, wie sie es ohne ihre Männer tun. Du denkst, du hast alle Zeit der Welt, aber du kannst dir nicht sicher sein. Wir haben über unsere Online-Sex-Seite für Frauen nachgedacht. Ich glaube ernsthaft, dass das eine Marktlücke ist. Ja, das ist es auch. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute wissen, dass es uns gibt. Neun von zehn Webseiten scheitern. Das weißt du nicht? Porno! Prost! Wir machen frauenfreundliche Pornofilme, die du kostenlos auf unserer Plattform anschauen kannst. Ja! Klingt erstmal nach einer großen Sache, aber wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, dann könnte es auch spannend sein. Ab jetzt nenne ich mich Candy S. Candy S. Tequila, uuuh. Candy & Bonita! Nic Zahn, hast du viel Erfahrung? Warum? Ja, ich äh... Ja, es ist schon so ein paar Rechten her. Da habe ich mal so einen Dreh, also so einen Cast. Ja, ich weiß nicht. So direkt dabei. Aber... Wie wäre es, wenn wir ihm keinen Text geben? Ja. Das könnte Sinn machen. Sehr gut. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Menschen hier herkommen und Schlimmes geplant haben. Menschen sind aber auch schrecklich. Ja. It's okay. Just don't film my illness. Wir können doch jetzt nicht einfach so aufgehen. Wir haben nichts. Kein Film, keine Website. Dann haben wir nichts. Wie meinst du das? Wir werden das haben, was wir hatten. Ja, genau. Abzüglich der Erschwarnisse. Oh, Raymond. Das ist wahr. Ja. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders, weil ich kein einziges Wort verstehe. Warum wurde er überhaupt gecastet? Sein großer Kolben? Nee, Tigger.